Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute finden wir BloxFoods in Roblox. Mit der Beizung Ems33, hallo Ems. Ja, heute werden wir einmal das erste Mal BloxFoods ausprobieren. Ems wird euch einmal hier durch rumführen und zeigen was alles möglich ist, gell Ems? Ja. Also gut, fangen wir mal an mit Ems. Zeig mir mal was es hier alles gibt. Also ich würde euch sagen, ich komme erst mal hier runter, mit Kokon zu dashen. Und hier unten ist auch eine Anleitung. Also erstmal geh mal zu dem Maroriner wieder und hol dir mal die erste Quest. Die auszubilden oder die unbedingt? Welche? Auszubilden oder. Okay. Und bedingt heißt noch. Bestätigen. Ja. So, und jetzt musst du hier die Gegner hier besiegen. Und jetzt siehst du da links, du hast einen von fünf, oder? Mhm. Ja, und jetzt musst du halt fünf Gegner besiegen. Und dann hast du die Aufgabe geschafft. Und dann kriegst du das Level ab. Wapp! Ups. Ich muss mich kurz ... Und auf level 15 kommt dann die nächste Insel. Okay. Ja. Ich schaff. Und da hat sie nämlich die nächste Quest holen. Welches Level bist du jetzt? Drei. Okay. Ich kann mich sogar Statistik noch hochleveln. Ja. Waffe. Ich würde dir empfehlen, mach Nahkampf, Verteidigung, die zwei auf alle Fälle. Und Blocks Blut. Okay. Das sind die besten. Nahkampf, Verteidigung sind halt die Heal und Energie. Ja, ich mach schon mehr Schaden wie davor. Cool. No. Ja. 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 Und wie viel Geld hast du jetzt? Äh, 760. Okay, für 1000 kannst du dein erstes Schwert kaufen. Oder komm schnell mit, komm mal, komm mal kurz. Komm schnell mit. Hm, warte. Hier bekommt. Mal drauf. Ich brauch 1000. Ja, wir sind auf ein Boot drauf. Ich warte auf ein Boot hier vorne. Ein Gegner brauch ich noch. Ja, aber es wird ein anderer Boss gespawnt, wo es viel Level gibt. Warte kurz. Hier kannst du die Quest machen. Hier kannst du ja nicht viel helfen. Mhm. Weil die Irgendwann ist. Ja, wir kommen schnell mit. Moment. Jetzt habe ich 1000. Okay, aber komm erstmal. Habt ihr das Spiel auch schon mal gespielt oder schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn mich sehr interessiert. Welches Level seid ihr? Wo seid ihr gerade im Spiel? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Komm jetzt. Und soll ich mal mehr davon machen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja, ich bin so rein. Hier ist nämlich ein Boss. Ich habe halt keine Waffen mehr. Ja. Ja, da kommt gleich noch in Low. Okay. Okay. Waffen wieder. Wo ist es geht? Uh, ist das teuer. Ui, 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 ui. Okay. Ich hab einfach Two-Hit gemacht. Oh. Ja, ich hab auch Two-Hit gemacht. Sorry. Okay, wir müssen wieder zurück. Maaan. Oh, da hast du ja jetzt ein Schwert drauf. Das stimmt. Bist du schon drauf? Nö. Ich eile. Ich eile. Ich eile. Ui, 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 ui. Ich kann dir vielleicht mal die Zeit später zeigen, wo es gibt. Mhm. Und du kannst bei dem Typen hier. Also, du kannst dir bei dem... Erstens kannst du dir das Katana herholen. Let's go. Und du hast den geholt? Katana. Katana. Okay. 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 Dann kann ich das Schwert auch hochleveln, ne? Nee, dann krieg ich das auch wieder. Dieses Schwert kannst du schneller angreifen. Ja, okay. Items. Katana. Kannst du halt auch noch ein Double Katana irgendwann haben, dann? Ich hab's grad mein Schwert hochgelevelt. Ich hab's grad mein Schwert hochgelevelt. Ja, wie hoch hast du? Ah, okay. Fünf hab ich's grad. Oder ein Typ. Oder ein Typ. Oder ein Typ mit Katana. Ja, brauchen wir hier mal ein bisschen. Bist du dafür, wenn du Level 15 bist? Das dauert aber. Ah, ne. Dauert gar nicht. Ich mach's ganz kurz und sehr, dass wir gleich wieder, Leute. Leute, wir haben grad einen neuen Quest bekommen. Und zwar Feind der NPC at Jungle. Die machen wir jetzt einmal. Ja, tut. Nee, ich hab mal so einen Punkt hier. Okay, komm mal hierher. Wo ist hierher? Oder warte, ich komm zu dir. Joom. Ja. Sooo. Wir sind da. Jetzt kannst du hier, hier in der Mitte, hier, in Crystal. Affen-Gorillas-Gorilla-König-Unbedingten. Affen. Tötet zehn Affen. Okay. Okay. Oh, der Playflow ist ein bisschen hell. Nein. Okay. Level eight. Okay. Okay, also. Du hast einen Löwe, ma? Mm-hm. Hm. noch zwei stück mit 15 ab level 30 kannst du zur nächsten ich kann jetzt schon zur nächsten nein das ist die nächste quest so auf geht's machen die ein bisschen stärker und hat sich vor dem gewoller können ja natürlich Jura, nicht. Alter, ich bin fast tot. Hilfe. Achtung, hier kommt einer. Jura. Und noch ein Glow. Nice. Oh, I don't know. Level geschafft. Nice. So, wir machen das noch hoch und das hoch. Ich würde die Quest jetzt einfach nochmal machen. Kannst du ja, musst du die Quest beholen. Ja. Das mach ich jetzt. Ich komm da noch nicht hoch. Hilfe. Nice. Geschafft. So, jetzt geht's wieder hoch. Und dann geht's weiter. Ich mach kurz die Quest für den Boss. So, Boss. Einmal bitte hier. Und... Bestätigen. Und zurück. So, hier ist der Boss. Jetzt geht's los. Ich guck's erstmal. Sehr gut. Stark, dass es nichts gebracht hat. Damage hier noch ein bisschen. Einfach wieder despawned. Schau. 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 Ich hab' ich denn grad so gedamaged. Ich weiß jetzt nicht, ob du es fährst. Ich hab' Angst euch nochmal. Ich hab' Angst nochmal eine Attacke zu mir. Dann lass' es halt. Ja. Oh, gut. Würde ich empfehlen? Kreativ. Schau. So, damit wäre er geschafft. Ich würde auch das Video für heute beenden. Dankeschön, Emzy, für die in die Rundtour. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch eine zweite Folge davon haben möchtet. Oder was ich noch mache, so alles in Roblox. Oder noch mehr Folgen in Roblox, andere Roblox-Spielen. Mal gucken, was wir noch machen werden. Würde ich sagen, ja kurz zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.